Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gamer's Paradise. Heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch vorbereitet, in der wir uns mit dem Thema Amiga-Rollenspiele beschäftigen wollen. Ich freue mich, dass wir hier zwei großartige Gäste bei uns im Studio haben. Auf der einen Seite den beliebten Filmemacher, Hollywood-Regisseur und, sagen wir mal, YouTube-Prominenz Uwe Boyle, der mehr als nur einmal aus einem Videospiel einen Kinoblockbuster gemacht hat in seiner Karriere. Und auf der anderen Seite ein Urgestein der Filmsynchronisation. Er ist die deutsche Stimme von unter anderem Magnum, P.I. oder He-Man. Das ist Norbert Langer. Herzlich willkommen ihr beiden. Hallo Uwe, hallo Norbert. Ja, vielen Dank und danke für die Einladung. Ich bin wirklich gespannt, heute mit Norbert und mit dir über die guten alten Amiga-Rollenspiele zu plaudern. Wobei ich gleich sagen muss, ich habe damit gar nicht so viel zu tun. Das ist mich alles schon eine ganze Weile her und am 5. Ich muss zugeben, ich mache lieber mein Geld mit schlechten Verfilmungen von irgendwelchen Computerspielen. Und ein wenig habe ich natürlich früher auch auf dem Commodore 64 und dem Amiga gedaddelt. Aber so wirklich ein Fan von diesen ganzen Spielen und diesen Rollenspielen, naja, bin ich jetzt nicht so. Es ist mir eine Freude hier bei euch zu sein und gemeinsam mit dir, Uwe, über diese legendären Spiele zu sprechen. Ja, der Amiga war wirklich eine Plattform, die viele bahnreichende RPGs hervorgebracht hat. Ich kann es echt kaum erwarten, unsere Erinnerungen mal aufzufrischen. Deine Filmrufe, die waren ja fast alle ziemlich am Mist, ne? Also sorry, aber die Spiele dazu, die waren oft richtige Klassiker, nur du hättest echt beim Zocken bleiben sollen. Fantastisch, dann lasst uns gleich in die Thematik einsteigen. Der Amiga hatte ja eine beeindruckende und wirklich reichhaltige Auswahl an Rollenspielen. Welche Spiele sind euch denn in besonders guter Erinnerung geblieben? Oh, pfuch, joa, da gibt es so viele großartige Titel. Die meisten davon habe ich noch nie gehört und die kenne ich nicht. Aber eines meiner absoluten Lieblingsspiele war definitiv The Secret of Monkey Island. Ist ein wenig kacke, dass der dumme Uwe jetzt hier direkt irgendwas Falsches nennt. Ich weiß, ihr ganzen Gaming-Nerds, der werdet ihn sofort durchdrehen, ihr irgendeine Kacke schreien, von wegen, der hat ja keine Ahnung. Ja, ist aber so und so bin ich eben. Also mir ist schon klar, dass ich da gerade wohl kein Rollenspiel genannt habe, so wie das so Gamer irgendwie klassisch sehen wollen. Sondern so ein, ja, wie nennt man das, so ein Spiel, so ein Abenteuerspiel. Aber ich finde, Monkey Island hatte echt schon diese unglaubliche Atmosphäre, diesen großartigen Humor, wo auch wirklich mal richtige Schenkelklöpfer dabei waren. Richtig ach, ja, einmal eins in die Fresse. Das ist so richtig meins, ja. Ja, außerdem gab es ein Inventar, ja, man hat also sogar Sachen irgendwie in der Welt eingepackt. Ich weiß zwar nicht, wohin der Typ das gepackt hat, aber anscheinend hatte er wohl große Taschen oder ein Loch in der Tasche, ich weiß es nicht. Ja, und es gab Rätsel. Rätsel, finde ich, gehören voll zu Rollenspielen dazu, eigentlich auch. Also für mich ist das Monkey Island wirklich schon ein Rollenspiel. Also ich war einfach fasziniert. Dieser junge Mächtigern-Pirat bin ich voll in der Rolle aufgegangen, konnte mich da total reinversetzen und habe richtig Spaß gehabt. Absolut, Uwe. Also das Secret of Monkey Island ist ein zeitloser Klassiker. Aber absolut kein Rollenspiel. Tut mir leid, aber das klassische Rollenspiel, ja, das kommt vom Pen-and-Paper-Spiel und typische Vertreter dafür. Ist zum Beispiel, was mich betrifft, jetzt Eye of the Beholder. Da erinnere ich mich sofort gerne dran. Es war so eins der ersten Dungeon-Crawler-Spieler auf dem Amiga und hat mich mit seiner liebsteren Stimmung und diesem anspruchsvollen Gameplay dann sofort in seinen Bann gezogen. Und in diesen finsteren, tiefen Gewürgen herumzukrawlen, das hatte echt seinen Reiz. Stimmt, stimmt, stimmt. Eye of the Beholder war ein echter Meilenstein. Habe ich auch von gehört und gelesen. Damals habe ich mir noch die ASM, glaube ich, gekauft. So eine Zeitschrift ab und zu mal, so jede drei Monate irgendwie eine Ausgabe. Und in einer stand das Spiel drin. Aber ich darf jetzt auch ein Spiel nicht vergessen, nicht Lemmings. Lemmings, äh ja so. War zwar kein traditionelles RPG, so wie ihr das ja gerne hättet, mal wieder. Aber ich habe so viele Stunden damit verbracht, diese Kriegorgie zu spielen. Diese niedlichen kleinen Kreaturen, die ja irgendwie in meiner Wahrnehmung, äh, ja, ich habe sie einfach gerne hochgehen lassen, explodieren lassen. Ich fand es lustig. Hatte für mich auch etwas Magisches. Und Magie, finde ich, gehört halt so Rollenspielen dazu. Sag mal, Uwe, bist du hier falsch? Irgendwie? Du hast echt keine Ahnung, oder? Von dem, was du da sagst. Lemmings als Rollenspiel zu bezeichnen, ist es ungefähr so, als würde ich dir sagen, dass dein House of the Dead-Film einen Oscar verdient hätte. Das ist wohl langsam, dämmert es mir, warum deine Filme alle scheiße waren. Na komm, ich habe immer gesagt, wie kack ich Computerspiele finde und wie toll ich das finde, mit diesen Kackspielen nur noch Geld zu machen in Hollywood, ja. Also, Ahnung habe ich keine, das gebe ich auch gerne zu. Nur ein wenig eben früher als junger Erwachsener gespielt, so, ohne Sinn und Verstand und, ja, wie ich auch heute noch meine Filme mache, ne. Ich will auf Lemmings jetzt gar nicht eingehen im Podcast, wo wir über Rollenspiele reden, ja. Aber es war echt eine großartige Mischung aus Geschichtlichkeiten und Rätseln. Aber wenn wir nun bitte wieder hier über Amiga-RPGs sprechen könnten, dann können wir nämlich auch direkt über das wichtigste RPG, finde ich, sprechen. Das war wohl The Bard's Tale. Ist halt eine epische Spielereihe, die so die Messlatte für Rollenspiele auf dem Amiga auch wirklich hochgelegt hat. Das war so das typische Rollenspiel mit einer realen Vorlage, kam vom Pen & Paper und einfach eine super Adaption dann für das neue Medium, ne, was so tolle grafische Möglichkeiten bot. Im Fall des Amigas dann natürlich auch noch soundtechnisch, grandios. Also, ja, und diese Welt dann so darzustellen auf dem klassischen Heimcomputer, das hatte was. Ja, mag sein, aber den Kacken habe ich nie gespielt. War mir sowieso viel zu langweilig. Da habt ihr zwei bereits einige wirklich fantastische Spiele genannt. Aber, Uwe, du glänzt hier echt jetzt nicht gerade mit Fachwissen. Welches RPG auf dem Amiga würdet ihr denn so als euer absolutes Lieblingsspiel bezeichnen? Ja, für mich ist Ultima V, The False Prophet, das absolute Highlight. Es war so ein unglaublich ambitioniertes Spiel für seine damalige Zeit. Diese ganz große Welt von Britannia war einfach so detailreich und voller Möglichkeiten. Das hat mich einfach in seinen Bann gezogen. Also, das war quasi meine erste Open World. Jedenfalls kam es mir so vor. Denn es passierte ja auch überall was in dieser Spielewelt, die man so, ja, frei bereisen konnte. Relativ frei. Und die Interaktion mit den NPCs, so die komplexe Handlung, die moralischen Entscheidungen, die man treffen konnte, machten das dann wirklich zu so einem unvergleichlichen und unvergesslichen Spielerlebnis. Ich war in dieser Welt und konnte gefühlt tun und lassen, was ich wollte, als der strahlende Held. Naja, heute ist mir dann eben so klar geworden, so strahlend war der Avatar gar nicht. Er war wohl gerade in dem Spiel wohl eher ein wenig rassistisch unterwegs und so viele Möglichkeiten an sich sich auszuleben in dieser Spielwelt hatte man nun auch nicht. Ja, aber es war halt eine andere Zeit und es war eben noch kein modernes Skyrim. Für mich persönlich ist es total schwer, mich jetzt nur auf ein Spiel festzulegen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich, Moment, 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 lass überlegen, würde ich Wing Commander wählen. Das war ein Weltraum-Rollenspiel. Also ich habe mich in die Rolle von so einem Piloten versetzt und dann hatte das irgendwie so eine packende Story. Okay, das meiste davon hat mich nicht interessiert. Ich fand einfach diese Weltraumschlachten beeindruckend. Die haben mich richtig umgehauen und das war richtig mein Stil. Reinsetzen, losfliegen, losballern. Hört das jetzt echt nicht mehr auf? Wirklich? Wing Commander ist ein Space-Shooter in einer Story, aber kein Rollenspiel. Hast du für Wing Commander 3 irgendwie Filmregie geführt? Nö, dann wäre das sicher ein gutes Spiel geworden. Mit beschissener Story und grausamen Filmsequenzen. Ich erkläre dir das dann mal, Uwe, ja? Hör mal zu, also. In einem Rollenspiel steht die Entwicklung des Charakters und das Entscheiden über seine Handlungen im Vordergrund. Ja, klar, ich verstehe. Ich will dich auch nur ein wenig tollen. Mein Gott, ey. Aber ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der es bei Computerspielen-Genres irgendwie schwierig findet, diese verschiedenen Genres auseinanderzuhalten. Also es fällt nur bei Filmen mehr schon schwer. Aber da bei Spielen noch viel, viel mehr. Das stimmt, Uwe, ja. Die Welt der Videospiele ist unglaublich vielfältig. Und die Grenzen zwischen den Genres können auch manchmal verschlimmen. Aber lass uns lieber darüber strechen, was ein richtiges Rollenspiel ausmacht. Denn im Kern geht es darum, so eine fiktive Rolle zu vernehmen und die Handlungen und Entscheidungen seines Charakters zu beeinflussen. Ich verstehe, das macht auch Sinn. Also sind die Rollenspiele auf dem Amiga eher Spiele wie Ultima V, The False Prophet oder The Bard's Tale oder so. Also Spiele, bei denen es eine offene Spielwelt gibt, in denen man sich mit seinem Charakter bewegt und kämpft, Erfahrungspunkte bekommt und damit seine Fähigkeiten weiterentwickelt und vorantreibt. Genau, Uwe. Spiele wie Ultima V oder The Bard's Tale gehören definitiv zu den klassischen Rollenspielen auf dem Amiga. Sie bieten halt eine große Spielwelt zum Erkunden, epische Geschichten, komplexe Charakterentwicklungen und auch auf die Möglichkeit, moralische Entscheidungen zu treffen, um die Spielgeschichte ein wenig zu beeinflussen. Ja, das klingt alles nach einer Menge Spaß, nur eben nicht wirklich für mich. Da lobe ich mir wirklich Diablo. Es ist ja gerade ausgekommen, wieder der vierte Teil oder sowas. Leichte Kost mit viel Action. Also einfach hinsetzen, Mausklick, Klick, schlagen, Sachen looten. Also genau mein Ding. Ich muss zugeben, dass ich mich wirklich in der Welt der Amiga-Rollenspiele eigentlich nicht so gut auskenne, weil ich einfach keinen Bezug zu sowas habe. Es war mir einfach immer viel zu langweilig. Aber ich bin natürlich immer offen für neue Erfahrungen und werde auch definitiv einige davon ausprobieren. Vielleicht gibt es auch eine Marke, so alte Spielemarke, die ich irgendwie noch neu schlecht verfilmen kann. Irgendein Investor findet sich bestimmt, der doof genug ist, um mir die Kohle dafür zu geben. Es ist großartig zu hören, wie ihr beide euch hier über die Definitionen und die verschiedenen Genres der Amiga-Rollenspiele auslasst und darüber diskutiert. Es gibt immer wieder Raum für Interpretationen, finde ich, und Überschneidungen zwischen den Genres. Aber Lemmings und Wing Commander, naja, Uwe, du bist echt kandios heute. Kandios, unwissend. Absolut. Aber eines weiß ich auch. Also Ultima 5 war ein Spiel, das die Grenzen des Genres wirklich erweitert hat. Dieser Richard Garrio da, der hat ja wirklich mit der Ultima-Reihe eine ganze Generation von Spielern irgendwie geprägt. Also so wie ich eine Generation von... Okay, ich sag's nicht, ist egal. Ihr könnt euch jetzt denken, was ich gerade sagen wollte. Nee, ich erinnere mich auch gern an... An Shadowlands hieß das. Das war der Nachfolger von Ultima 5, glaube ich, oder so. Ja, und die Möglichkeit, dazwischen der realen Welt und dieser spirituellen Dimension zu wechseln und so, war richtig faszinierend. Aber dieser Richard Garrio hat nicht umsonst Millionen gemacht mit der Gestaltung seiner Spielwelten. Er war schon ein kandioser, innovativer Mensch. Und ich hab's ihm echt gegönnt, als er sich dann irgendwann ins Weltall verabschiedet hat, seine geschäffelte Kohle benutzt hat und sich dann mal alles aus dieser Perspektive anzuschauen. Genau so jemand hat's verdient. Der so Welten schafft, fiktiv, der kann sich dann auch mal unsere Erde von oben anschauen. Shadowlands, ja, da war wirklich innovativ. Shadowlands war krass. Doch, es hat das Konzept des Ultima-Universums auf eine ganz neue Ebene gebracht. Schade, dass Richard Garrio nach Ultima Online gefühlt irgendwie nichts mehr künstlerisch Innovatives zustande gebracht hat. So ähnlich wie bei dir, Uwe, und deinem Schwerter des Königsfilms. Was ein Kompliment von dir, dass du den Film gerade als künstlerisch innovativ bezeichnest. Hast du das PC-Spiel damals gespielt? Nein, das war unter meinem Niveau. War ein Hack and Slay. Ja, ich fand das gut. Sorry, aber für mich ist das ein Rollenspiel. Nein, war es nicht. Es war ein Hack and Slay. Und was machst du so in deinen Rollenspielen die meiste Zeit? Ach, okay, Punkt für dich. Mal zurück jetzt zum Amiga, okay? Kennst du eigentlich jetzt, ohne auf Wikipedia direkt nachzusehen, hier mit deinem Handy, noch irgendein Rollenspiel auf dem Amiga-Rufe? Ein Meilenstein vielleicht? Ich denke dann direkt an Ember Moon, ja. Das war dann wirklich mal eines dieser wenigen Rollenspiele, das mich damals so richtig beeindruckt hat, weil es hatte diese riesige offene Welt, eine unglaubliche Spieltiefe. Also wirklich, man konnte stundenlang darin versinken, Quests erfüllen, die Geheimnisse dieser Fantasy-Welt erkunden. Und ich gebe gern zu, also mit meinem späteren Kameramann habe ich das Spiel damals gedaddelt. Also ich saß rum, er machte die Arbeit und ich habe die Anweisung gegeben. Also wirklich so wie heute beim Filmdreh. Genau, das kann ich mir echt gut vorstellen. Du hast dort gesessen so mit Bier und Popcorn und er durfte spielen und dir wahrscheinlich noch die Texte alle vorlesen. Ja, Ember Moon war echt ein absolutes Meisterwerk damals von Teilern. Ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich als kleiner Junge stundenlang vor dem Amiga gesessen habe und einfach in diese fantastische Welt geflüchtet bin. Ja, das war echt was ganz Besonderes, doch. Ja, besonders angenehm für mich. Ich habe das schwerste Rätsel allein lösen können. Weißt du, was das war? Ähm, nee. Schnüssen. Einfach nur schnüssen. Das Wort habe ich echt bis heute behalten. Weil es irgendwann in so einem Dialog fiel in einem Spiel. Es gab gar nicht, da gab irgendwie keinen Sinn. Da sagte, glaube ich, jemand irgendwie, äh, das ist was ganz Wichtiges, was du dir unbedingt merken musst, den Rest deines Lebens und das ist schnüssen. Also so nach dem Motto. Ja, ich habe es mir gemerkt. Und irgendwann später gegen Ende des Spiels, dann musste man tatsächlich dieses Wort sagen, also auch eintippen. Nämlich einfach mal anklicken aus drei Möglichkeiten. Und, äh, dann erst ging es weiter. Dann hat sich auch eine Tür oder so beöffnet. Ja. Also man merkt, an Schwachsinn erinnere mich mich immer noch am besten. So wie an Lemmings? Das beste Rollenspiel auf dem Amiga? Und diesen Schwachsinn habe ich echt nie vergessen. Weil ich hier mein Kameramann bin, der auch niemals weitergekommen mit dem Spiel, wenn ich es ihm nicht gesagt hätte. Ja, ich unterbreche mal schnell, weil sonst gibt es ja wirklich gleich Streit zwischen euch. Also es ist wirklich faszinierend, wie diese Spiele auf dem Amiga eine ganze Generation von uns Spielern beeinflusst haben. Die Liebe zum Detail, die epischen Geschichten und diese spielerischen Möglichkeiten haben wirklich viele RPGs zu wahren Klassikern gemacht. Absolut. Und wenn die Grafik, die technischen Möglichkeiten im Vergleich zu heutigen Spielen auch nur begrenzt waren, hatte dieser Amiga mit seinen Rollenspielen wirklich eine Seele. Also viele Spiele haben für mich heute überhaupt keine Seele. Darum interessiere ich mich auch für diesen Rocks gar nicht mehr so. Aber damals, ja. Ja, ich denke, viele Sachen haben dann schon viele Spieler irgendwie auf eine einzigartige Weise auch bewirrt. Ja, also mich bewirten die Rollenspiele wohl eher weniger früher. Genau, Uwe. Manche Leute mögen es eben simpel. Und die Atmosphäre und das Spiegelgefühl dieser Spiele, das ist einfach unvergesslich. Die haben unsere Fantasie angelegt und uns in eine andere Welt entführt. Es war einfach eine Zeit des Experimentierens und der kreativen Freiheit, die sich in diesen Spielen widerspiegelte. Also, wenn es ums Experimentieren geht und kreative Freiheit, da gibt es ja Leute heute nicht mehr allzu viel von. Jedenfalls bei den großen Konzernen und ihren Produktionen. Es gibt sicher noch 100 weitere Rollenspiele auf dem Amiga, oder? Naja, vielleicht nicht ganz so viele. Wenn man natürlich deine Definition, wenn du eine hast, überhaupt anwendet, dann gibt es sicher aber tausende Spiele noch. Nein, also ein paar weitere Highlights gibt es ganz sicher. Aus Deutschland war die Firma Etik ja mit der Umsetzung von einem schwarzen Auge Pen & Paper Spiel so richtig populär. Ja, das kenne ich. Ich kenne sogar den Macher, den Guido. Guido Henkel, glaube ich. Mit dem war ich damals irgendwann in den 90ern mal richtig saufen. Ja, ich weiß man. Ich war mit dabei. War schon eine coole Zeit damals, doch. Ich danke euch beiden für diese spannenden Einblicke in die Welt der Amiga-Rollenspiele. Es war wirklich eine Zeit voller Innovationen und unvergesslicher Spielerinnerungen. Vielen Dank für diesen Podcast. Und ich bin sicher, dass viele unserer Hörer nun Lust bekommen haben, sich diese Klassiker noch einmal anzuschauen oder sie vielleicht tatsächlich zum ersten Mal zu entdecken. Jo, es lohnt sich wirklich, diese Spiele zu erkunden und ihre einzigartige Magie zu erleben. Also wenn ich Zeit hätte und auch Bock drauf, würde ich nun sofort anfangen und loszocken. Aber ich habe beides leider gerade nicht. Die Amiga-Rollenspiele haben wirklich einen großen Einfluss auf die Gaining-Branche gehört. Die verdienen es einfach in Erinnerung zu bleiben. Sollte man heute viele Dinge noch einfach nochmal spielen und sich daran erinnern. Weil sie haben gezeigt, dass Spiele nicht nur oberflächliche Unterhaltung sein können, wie so ein Pac-Man Space Invader, sondern wirklich auch komplexe Welten mit tiefgründigen Geschichten und moralischen Dilemmata bieten können. Das war halt ein goldenes Zeitartal des Spiele-Designs, was uns dann bis heute inspiriert hat. Absolut, Norbert. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Spiele würdigen und ihre Bedeutung auch für die Entwicklung der ganzen Gaming-Kultur erkennen. Nein, die Amiga-Rollenspiele haben echt den Weg geebnet für das, was wir heute in unserem RPG-Genre haben. Also ohne deinem Ultimo auf dem Amiga zum Beispiel gibt es wahrscheinlich heute auch kein Skyrim oder so. Auf dem PC, auf der Xbox, auf dieser Playstation, auf dieser Nintendo und den ganzen anderen tausend Sachen. Und auf dem Tablet. Gibt es das Spiel auf dem Tablet? Nein, ich glaube nicht. Ich danke euch beiden für eure wertvollen Einblicke und Erinnerungen. Es war mal wieder eine Freude, natürlich wie immer mit euch über dieses faszinierende Thema zu sprechen. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. War eine tolle Gelegenheit, dann mal meine Unwissenheit preiszugehen. Und unsere bzw. deine Leidenschaft für die Amiga-Rollenspiele zu teilen, Norbert. Dem schließe ich mich gerne an. Es war ein Vergnügen, mit euch beiden zu plaudern. Ich hoffe, dass wir dann die Hörer dazu ermutigt haben, sich mal in die Welt der Amiga-Rollenspiele ein bisschen zu vertiefen und die zeitlosen Klassiker nochmal zu entdecken und zu spielen. Spielt mal eine Runde Wing Commander, war auch ein geiles Spiel. Mit auch keinem Rollenspiel. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Nun gut, an unsere Hörer da draußen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hoffen, dass euch diese Episode von Gamers Paradise gefallen hat. Schaut unbedingt mal wieder auf unserem YouTube-Kanal vorbei, um noch mehr spannende Inhalte rund um das Thema Gaming zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Gut, auf Wiedersehen. Ciao, auf Wiedersehen. Tschüss.